Oh, ein Hexer! Du bist wegen des Drachen hier, richtig? Erzähl mir von diesem Drachen. Wie sieht er denn aus, zum Beispiel? Das weißt du nicht? Und du willst Monsterjäger sein? Er hat Schuppen, Flügel, Clown. Ein Drache ist ein Drache. Langes Diskutieren bringt nichts. Töte ihn, sonst gibt's noch mehr Opfer. Hexer töten eigentlich keine Drachen, aber ich werde mich umsehen. Du hast von Opfern gesprochen, richtig? Zwei Brüder, Askel und Milas. Sie sind auf die Jagd gegangen und endeten als Beute. Sie waren so übel zugerichtet, dass selbst mir anders wurde. Und ich habe genug Verletzungen gesehen, war bei 32 Raubzügen dabei. Von Povess bis zu den Bergen von... Eine spannende Geschichte, ganz sicher. Aber ich bin mehr an den Wunden interessiert. Kannst du sie beschreiben? Sieh sie dir doch selbst an. Die Familie bereitet gerade das Begräbnis. Die Leute auf dem Festland Katzenklöpfe haben. Aber du hast nur Katzenaugen. Tja, schon wieder jemand, der die Opfer des Drachen ansehen möchte. Vielleicht sollte ich Eintritt verlangen. Vielleicht. Ich würde aber nicht bezahlen. Ich habe in meinem Beruf genügend Leichen gesehen. Ich bin ein Hexer. Ich bin hier, weil ich den Auftrag mit dem Drachen angenommen habe. Ich bitte um Verzeihung. Ich wusste es nicht. Wie... Wie kann ich helfen? Wo wurden die Leichen gefunden? Auf der Lichtung, auf der anderen Seite des Flusses. Die Jungs, sie waren immer dort, von klein auf. Sie haben dort Hasen gejagt. Es wird nicht einfach für dich sein, aber ich muss mir ihre Verletzungen ansehen. Wenigstens hast du mich um Erlaubnis gebeten. Anders als die anderen. Wenn du die Bestie dadurch besser töten kannst. Gerne. Das ist vorerst alles. Danke für deine Hilfe. Und ich verspreche, sie zu rächen. Klauenspuren, Bissspuren, aber nichts verbrannt. Interessant. Ziemlich schwacher Drache. Konnte die Kuh nicht tragen, hat sie nur zerfetzt und dann liegen gelassen. Das Blut der Kuh. Es könnte mich zum Versteck führen. Das Blut der Kuh. Es könnte mich zum Versteck führen. Das Blut der Kuh. Es könnte mich zum Versteck führen. Das Blut der Kuh. Es könnte mich zum Versteck führen. Er ist von weit oben runtergefallen. Ein Nest, wahrscheinlich von einem Gabelschwanz. Warten ergibt keinen Sinn. Ich brauche einen Köder. Ich bin Hexa. Hilfst du uns jetzt mit dem Drachen oder nicht? Ich habe das Nest des Drachen gefunden, aber ich brauche einen Köder, zum Beispiel ein Schaf. Ah, verstehe. Willst du es mit Schwefel vollstopfen? Noch ein Verbündeter des kleinen, tapferen Schuhmachers. Nein, ich schaffe das ohne Schwefel. Ich brauche nur ein Schaf. Ungewürzt. Gut. Das hier kann ich dir geben. Es ist zwar räudig, aber was soll's. Weißt du, wie man ein Schaf treibt? Du scheuchst es wie ein Schäferhund. Du kommst von links, es geht nach rechts. Du kommst von rechts, es geht... Wenn Hunde das kapieren, kriege ich das auch hin. Wie ruft man eigentlich ein Schaf? Hier, Schäfchen? Hey, Schäfchen, komm her. Wir jagen jetzt einen Gabelschwanz. Hü, Schaf. Lauf schon. Hopp, hopp. Hü, Schaf. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Endlich. Das war's für heute. Nicht gut. Du bist für eine gute Sache gestorben, Schaf. Ruhe in Frieden. Das war's für heute. Als ob mich was von innen heraus zerreißen würde. Hilfst du uns jetzt mit dem Drachen? Das Problem ist gelöst. Und? Das war's? Erzähl mir mehr. Hat der Drache Feuer gespuckt oder Gift? Das war kein Drache, sondern ein Gabelschwanz. Sieht ähnlich aus, ist aber kleiner und nicht so gefährlich. Nicht so gefährlich, sagst du? Dann sollte deine Belohnung auch nicht so hoch sein. Wir hatten uns auf eine Summe geeinigt. Ja, für einen Drachen. Hätte ich gewusst, dass es ein Gabelschwanz ist, hätte ich ihn selbst umgebracht. Mein Onkel sagt, dass die Leute auf dem Fässer an Katzenkörper haben. Aber du hast nur Katzenkörper. Hexe und... Ich sehe, dass du von da. Ich würde... Ich sehe, dass die Leute auf dem Fässer an Katzenkörper haben. Ich würde mir... Ich würde mir... Mit bloßen Händen... Bleibst du lange? Du bist zurück. Hm. Ich würde mir... Ich würde mir... Ich würde mir... Ich würde mir... Warum? Was? Weißt du, mein Papa ist weg und kämpft gegen die Schmerzen. Du und Chalma, ihr habt's dem Eisbastard richtig gezeigt. Die Schmerzen sind die Schmerzen. Die Schmerzen sind die Schmerzen. Die Schmerzen sind die Schmerzen sind der Schmerzen. Dann müssen die Schmerzen schmerzen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das ist ja seltsam Sei gegrüßt, Hexer Ich bin wegen der vermissten Bergleute hier Vielleicht kann ich helfen Was ist passiert? Ach In den nördlichen Hügeln soll es Silber geben Weil wir Geld für die Langschiffe brauchen Für unsere Überfälle Haben wir einige Kerle geschickt, um nachzusehen Sie sind nicht zurückgekommen In den Hügeln gibt es nicht viel Silber Dafür aber Monster Ich sehe nach, ob die Bergleute auf welche gestoßen sind Ich danke dir, Hexer Früher gab es auf den Inseln kaum Fremde Dreckiger Ochse Hä? Und nun segeln wir diesmal Kerat Hexer Das war's für heute. Das Lager der Bergleute. Hier könnte ich Hinweise finden. Fußabdrücke. Menschlich. Sie sind auf eine große Ader gestoßen, aber etwas lief schief. Wunden von einem stumpfen Gegenstand. Der Brustkorb ist zertrümmert. Hier ist jemand gekrochen mit gebrochenem Bein. Nicht der Wind hat die Bäume gefällt. Das war etwas anderes, was Großes. Zertrümmerte Knochen. Menschenknochen. Ein Fels-Troll. Sieht ganz so aus. Warte. Ich will reden. 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 Aber du still. Oder troll dich wummerwumm wie sie. Genau. Warum hast du bei ihnen wumm gemacht? Sie in Haus von Troll laufen. Troll sagen raus Männer. Aber sie wummerwumm Trollfelsen. Also Troll auch wumm. Tut mir leid. Das kann ich leider nicht zulassen. Politiker. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Hm ich sollte mich ein wenig umsehen Was ist das? Wie konnte er? Drei Söhne habe ich ihm gegeben. Alle. Sei gegrüßt. Ich habe die Bergleute gefunden. Sie sind in eine Trollhöhle spaziert, während der Troll da war. Hat jemand... Nein, aber der Troll wird keine weiteren Probleme machen. Ein kleiner Trost. Die Belohnung habe ich aber trotzdem verdient. Ja, hier. Ich wünsche dir eine sichere Reise. Früher gab es auf den Inseln kaum Fremde.